Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Mädchen, das wir im Dorf gesehen haben. Was ist denn hier passiert? Weiße Männer. Sie haben alle erschossen. Wen? Mein Röntger und die anderen. Haben die Männer dich gesehen? Ich weiß es nicht. Sie ist in größter Gefahr. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Aber warum? Zur alten Kirche. Genau. Und? Hast du Angst? Hm, ein bisschen. Brauchst du aber nicht. Hier bist du in Sicherheit. Um deiner Mutter Bescheid zu sagen, wo du bist. Sie wird bald hier sein. Wartest du wieder weg? Ich muss. Aber ich bin bald zurück. Wo isst du mir denn auch mal mit? Natürlich. Was denn? Eine Mundharmonika. Die Alte habe ich verloren. Weiß du auch. Ich versprich's dir. Pass schön auf dich aus. Ich bin bald. Wo ist rochst du auch? Tschüss. Rajonli. Ich bin bald. Shop bisher. Ich weiß es. Komm, ich erzähle dir das später. Der da! Der da! Der da, mein Mann, Herr Schotten! Ach, nie! Ich lade den Herd allein. Irgendwie sind wir nicht das Glück. Warum muss ein Held in den Kindern eigentlich vorher sterben? Ja, das hab ich mich auch gefragt. Dann hab ich ja mal nachgedacht, was aus dem Helden meiner Kollegen geworden ist. Der Honeymoon, er sieht Robin Hood, Lederström, Blut. Ich glaube, ihr könnt schreien lassen. Nee, die leben alle. Ich glaube, du hast recht. Helden, Helden, Sterne, nie! Oua, Frau Joana, das ist der Schweizer. Ich bekomme einen Tag von uns und einer seiner Sache. Ja, das ist mein Lieblingsgesund. Ich kann ja auch mal jetzt wissen. Ich hoffe, ich kann nicht sein. Ich werde die weiterentwickeln. Ich hoffe, dass du jetzt bist. Victor, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht. Du siehst ja aus wie ein Mädchen. Weil ich nicht bin, sag ich doch. Ja, aber heute siehst du auch so aus. Mädchen, ich bin sicher. Haha. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Michelle! Ach, du lieb. Wir brauchen so ein paar andere. Ich werde jetzt eigentlich mein Kind als in deinem Leben. Nein, ja, ja. Ich hab' in deinem Leben. Ja, ja, ja. Die ganze Welt. Ich hab' dir noch keine Zeit im Rahmen vorgestellt. Das war's für heute. Michelle, darf ich vorstellen, warum es denn jetzt in deinem Leben gibt, wenn wir alle schon tun. Michelle! Eben, ich werde dir was geben. Dann sag' ich, was ist wohl von dir? Jokelame, dann kommst du, weil ich gehe hier. Amen! Martin! Martin! Römer, Schöpfung, Schöpfung, Schöpfung. Ja, eine, aber zum ersten Mal, du und ich, es ist schon immer wichtig für mich. Es steht nur ein weiteres Mal. Hast du gesehen, wie wir mich die Brust haben, etwas verändert? Ja, hast du es? Ja, wie? Gut, weil ich mich dann einig machen muss. Aber du wirst doch gerade erst zur Rüssel kommen. Das ist doch. Für wie lange? Eine. Eine. Zwei. Eine. Zwei. Zwei. Rozum. Au- biri. dejst du meine Region, wernie Industries war eine Bar. Mama! Papa! Papa! Mama! Ich meine Parker! Pierre? Pierre! Schnell! 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 Schnell!